Wenn alle Lieder gehen und dann irgendwie nur ums eine, das wissen wir ja schon. Und deswegen machen wir alle B-Bes, ich wünsche mir auch mal Lieder, wenn es nicht nur um das eine geht, sondern auch um das andere. Ich könnte jetzt sehr explizit werden, aber da ist doch Formel, dass wir sagen. Du willst Blasen sagen? Nein. Wie kannst du das überhaupt sagen? Also wirklich, dein Film hat dir vielleicht Blasen, oder? Ja, mach dir doch ein bisschen mehr. Es geht natürlich nicht nur um die Freizügigkeit, freie Liebe für alle und so weiter und so fort. Es geht darum, dass das auch in den Köpfen ankommt. Dass man auch hier in Hamburg über die Straße gehen kann, ohne dass dort böse Menschen böse gucken, unter einem vielleicht nicht mögen, weil man aussieht, wie man aussieht. Schon in einem normalen Leben kann man eine falsch gebürtete Krawatte, ein Skitanzner-Charles für schiefe Blicke sorgen, und im Zweifelsfall besitzt man das Parallel-Hotking mit den Baseballschlägern. Das kann kein Zustand sein, meine Damen und Herren. Das kann im Jahr 2030 nicht mehr so sein. Deswegen sagen wir, reiß die Mauer in den Köpfen ein! Versuchen Sie mich mal rein, weil das stimmt, dass das getan hat. Versuchen Sie mich mal rein! Versuchen Sie mich mal rein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020